Also ich finde immer noch, dass der Klassenerhalt für uns das Wichtigste ist. Und ich glaube, dass das noch richtig happig werden kann. Wie seht ihr die Entwicklung bei Mainz 05? Seid ihr optimistisch, was die Rückrunde angeht? Muss der Blick klar in Richtung Tabellenende gehen? Und wo landet Mainz 05 am Saisonende?